Kennt ihr das? Ihr liegt krank zu Hause und braucht dringend Medizin? Oftmals handelt es sich aber nur um eine kleinere Verletzung, Grippe oder Prellung und nichts aus einer größeren medizinischen Betrachtung erfordert. Trotzdem braucht man für viele Routine-Medikamente immer noch ein Rezept, ausgestillt von einem Arzt. Oder auch bei Medikamenten wie der Antibabypille oder stärkeren Migränetabletten, man muss immer zuerst ein Rezept einholen. Und das ist auch absolut in Ordnung so, hier medizinisch aufgeklärt zu werden. Aber seien wir mal ehrlich, bei solchen Medikamenten wird man einmal richtig aufgeklärt und danach geht man zum Arzt, sagt Hallo, holt sich sein Rezept ab und das war's dann auch schon wieder. Trotzdem muss ich einen Termin ausmachen, oft schon Wochen oder Monate im Voraus, per Telefon, wo ich ewig in der Warteschleife hänge und mir erstmal einen Termin freischaufeln muss. Die Termine werden so gut wie immer nicht eingehalten und man muss noch einige Zeit im Wartezimmer absitzen, bis man drankommt, teilweise über eine Stunde. Hier darf man dann schmuddelige, uralte Zeitschriften lesen oder die klassischen, lustigen Taschenbücher aus der Kindheit. Und während man liest, hustet und niesen andere Patienten neben einem und man hat das Gefühl, noch kranker zu werden, wenn man den Arzt verlässt, als wie man davor war. Aber muss ich immer gleich für ein kleines Beratungsgespräch oder das Abholen von einem Rezept direkt zum Arzt rennen? Und das in den Zeiten von Digitalisierung, Zoom und E-Commerce? Die Antwort ist nein. Es gibt Licht am Ende des Tunnels. Es kommen immer mehr sogenannte Telemedizinunternehmen auf den Markt. Die Branche bietet Lösungen an, bei welcher der Patient und der jeweilige Arzt, Apotheker oder Therapeut räumlich getrennt, also ortsunabhängig miteinander zusammenkommen. Hier gibt es mittlerweile viele Firmen auf dem Markt. Ich zeige euch heute meine absolute Lieblingsaktie aus diesem Bereich und vergleiche am Ende die gesamte Peer Group. Ich mache also wie bei Corsair Gaming einen Branchenvergleich mit Wachstumsraten, Bewertung und der jeweiligen Werte der Aktie. Bleibt also bis zum Ende dran. Bevor wir mit dem Video starten, schallert mir gerne noch einen Kommentar oder Like für den YouTube-Algorithmus rein. Abo habt ihr bestimmt eh schon dagelassen, wenn euch mein Content gefällt. Vielen Dank und jetzt geht's auch schon los. Die Aktie, die ich euch mitgebracht habe, heißt Hymns & Hurs. Oft wird der Titel nur als Hymns bezeichnet. Warum das so ist, sehen wir später. Hymns & Hurs wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz wie viele andere große IT-Firmen in San Francisco, Kalifornien. Hymns hat aktuell etwas über 300 Mitarbeiter, ist also eher noch ein kleineres Unternehmen. Gründer und CEO ist Andrew Dudem. Gründergeführte ist Hymns also schon mal. Gefällt mir sehr gut. Wenn wir uns das Shareholder-Register anschauen, finden wir Andrew auch wieder. Er hält immer noch 7% an Hymns. Wir haben hier also nicht nur ein gründergeführtes Unternehmen, sondern der Gründer hat auch noch richtig viel Skin in the Game, ist also auch an der Erschaffung von Shareholder-Value interessiert. Neben Andrew gibt es aber noch eine zweite Privatperson, die ungefähr 7% hält, und zwar Jack Abraham. Jack ist ein ehemaliger Kollege von Andrew aus einem früheren Projekt und hat Hymns mit aufgebaut. Wir haben also zusammen 14%, welche von den Gründern kontrolliert werden. Das ist wirklich stark. Auch der Rest des Leadership-Teams ergänzt sich gut. Besonders spannend finde ich, dass der Chief Medical Officer von der Apothekenkette Walgreens und der Senior Vice President Behavioral Health von Teladoc kommt. Lori Jackson kommt von Dollar Shave Club, einem Abo-Modellunternehmen. Auch das wird später noch einmal richtig wichtig werden. Der Rest hat viel E-Commerce und Online-Store-Know-How. Wenn wir uns später das Geschäftsmodell anschauen, hat man wirklich von allen relevanten Bereichen gutes Know-How mit eingekauft und eingebracht. Übrigens, auch die Star-Investorin Katie Wood vom bekannten ARK Invest ist bei Hymns & Hers an Bord. Man hat erst Ende Januar eine Position eröffnet, woraufhin die Aktie nach oben ausgebrochen ist. Nur mal so am Rande erwähnt. Hymns war übrigens das zweitschnellste Start-Up der Welt, das den Unicorn, also Einhorn-Status, nach 15 Monaten nach Gründung schon erreicht hat. Ein Unicorn bedeutet, dass die Firma mit über einer Milliarde US-Dollar bewertet wird. Nur ein Unternehmen hat das bisher schneller geschafft, und zwar Bird. Bird kennt ihr vielleicht, das ist einer von diesen Scooter-Sharing-Anbietern. Also, was macht Hymns denn nun genau? Prinzipiell war die Idee folgende. Mittlerweile wurde fast jeder Wirtschaftszweig digitalisiert und disrupted. Angefangen mit Amazon, der den Handel revolutioniert hat, danach Netflix, Airbnb, Spotify. Wir kennen die Erfolgsgeschichten alle. Mit Unternehmen wie Lemonade oder Song An wurde dann einer der ältesten und traditionsreichsten Bereiche überholt. Die Versicherung. Was aber immer noch altbacken ist, ist das Gesundheitswesen. Und genau hier will Hymns ansetzen. Das Gesundheitswesen ist nämlich eine gigantische Branche. So groß wie die Transport- und Finanzbranche zusammen und nur knapp kleiner als Retail-Unternehmen, ist Healthcare mit einem Total Addressable Market von 4 Trilliarden einer der größten Märkte überhaupt. Und das in den USA alleine. Zudem ist das Gesundheitssystem nicht nur altbacken und ineffizient, sondern stellt für viele Menschen ein ernsthaftes Problem dar. Die Behandlungen sind teuer, nicht wie jeden verfügbar, bürokratisch und nicht einmal flächendeckend vertreten. Das merken vor allem die jungen Leute. 75% aller Millennials würden lieber online einen medizinischen Rat einholen, wie einen Doktor in persona zu besuchen. Hymns möchte alle diese Probleme lösen. Man will eine Marke aufbauen, welche nah am Patienten ist. Man möchte eine digitale Plattform stellen, auf der jeder in gewohnter digitaler Manier Medikamente bestellen, Rezepte erhalten oder mit einem Arzt sprechen kann. Das Ganze soll kosteneffektiv und demnach für den Endkunden wesentlich günstiger und schneller sein, als über den bisherigen Weg. Das Ganze ist für jemanden, der ein Handy benutzen kann, kinderleicht. Man wählt aus, was für ein Problem man hat, kann dann mit einem Arzt sprechen und erhält das Rezept und im Ende daran das Medikament zugeschickt. Ich habe das mal durchgespielt für euch, damit ihr seht, wie einfach das ist. Einer der Verkaufsschlage von Hymns sind Produkte gegen Haarausfall. Wenn ich Haarausfall wähle, fragt er mich genau, wo meine Haare fehlen und was danach das Ziel meiner Behandlungen ist, also zum Beispiel Vorbeugung oder wirklich neues Haarwachstum. Dann kommt die wichtige Frage, ob ich auch rezeptpflichtige Medikamente nutzen würde. Wenn ich Ja sage, dann lässt er mich weitere Fragen ausfüllen und ich werde mit einem Arzt verbunden, der mich digital über die Risiken und Chancen des Medikaments aufklärt. Bei Nein wird mir direkt ein nichtverschreibungspflichtiges Medikament zum Kauf angeboten. Das Ganze ist unglaublich schnell, einfach und kundenorientiert. Durchschnittlich dauert es bei Hymns von der Beratung bis zur Ausstellung des Rezeptes nur eine Stunde, während es beim normalen Arzt rund 24 Tage benötigt. Dadurch, dass alles schnell, digital und remote geht, kostet so ein Hausarztbesuch lediglich 39 US-Dollar versus 200 bis 300 Dollar bei einem Besuch vor Ort. Die Zeit ist natürlich auch ein Vorteil. Bei Hymns gibt es 24-7 Zugang. Man benötigt keine Termine, hat keine lange Wartezeiten, bis man einen Termin hat oder im Wartezimmer. Obwohl man direkten Kontakt zu einem Fachpersonal hat, ist das Ganze aber für den Patienten mehr vertraut. Wenn man in den eigenen vier Wänden und nur online über Themen wie die Antibabypille, Haarausfall oder andere Krankheiten sprechen kann, finden dies viele Kunden angenehmer. Wir erinnern uns, bei Millennials war die Motivation auf einen Online-Arzt bei 75%. Mit allen Bürgern inkludiert, also auch älteren Menschen, kommen wir immerhin noch auf über 50%. Der Bedarf nach einfacher, günstiger und remote-medizinischer Betreuung ist also auf breiter Front von den Kunden gefordert. Deswegen sind immer mehr Unternehmen auf den Markt gekommen, die die große Chance gewittert haben. Hymns und Hörs grenzt sich aber über die Strategie deutlich ab. Während Teladoc und Livongo mit ihrer Plattform eher auf Krankenhäuser und Arztpraxen zugehen und ihre Lösungen als Softwareinfrastruktur anbieten, ist Hymns und Hörs viel näher am Endkunden. Teladoc und Livongo, die wohl bekanntesten Aktien aus dem Sektor, treten eher im Hintergrund auf. Sie wickeln die Prozesse ab. Hymns ist aber wirklich eine Art Marke und ein Produkt, mit dem sich die jungen Leute identifizieren können. Und genau das gefällt mir an Hymns so gut. Die Hauptzielgruppe sind Millennials. Rund 80% sogar erstmals in Behandlung, wenn sie über Hymns Kontakt aufnehmen. Man könnte jetzt kritisch hinterfragen. Hey, warum zielt Hymns auf die jungen Leute ab? Diese sind doch noch jung und benötigen weniger medizinische Versorgung. Das ist doch erst einmal richtig so. Wie wir hier sehen, steigt der Total Addressable Market von 350 Milliarden auf 400 bzw. 500 an, je älter die Zielgruppe ist. Viele Krankheiten und Symptome kommen einfach bei älteren Menschen öfters vor. Aber hinterfragt man das Ganze. Würde eine 50-jährige Frau über eine digitale Plattform medizinische Hilfe anfragen, die vielleicht seit 30 Jahren ihren Hausarzt persönlich kennt und ihre Krankenkasse seit ihrer Kindheit bezahlt und vertraut? Eher nicht. Vor allem die jungen Leute sind die, die noch offen für Neues sind und deren Lifetime-Value, also der Wert, den ein Kunde über die Lebenszeit noch bringt, ganz am Anfang steht. Hymns möchte also mit seiner Brand genau die jungen Leute früh an sich binden. Diese Strategie meint man ernst. So konnte man den Rapper Snoop Dogg für ein Werbevideo für erektile Dysfunktion gewinnen. Erektile Dysfunktion ist eine Krankheit, die auch bei jungen Leuten vorkommt, obwohl sich eine Person vielleicht schämt, zum Arzt zu gehen. Über die vertraute Umgebung und eine reine Remote-Beziehung hat man hier weniger Hürden, ein Gespräch aufzusuchen. Die Produktpalette von Hymns richtet sich deshalb vor allem an die Probleme, die junge Menschen haben, da diese ja genau der Zielgruppe entsprechen. Haarausfall bei jungen Männern, sexuelle Probleme, Depressionen oder Hautprobleme in der Pubertät. Alles Märkte, die vor allem junge Menschen betreffen und oft keinen regelmäßigen Arztbesuch benötigen. Ein Mittel gegen Haarausfall lasse ich mir nach einmaliger Beratung verschreiben. Da brauche ich nicht jedes Quartal zum Arzt rennen, um mir ein Rezept ausstellen zu lassen. Ich hatte zu Beginn gesagt, dass Hymns & Hurs oft nur Hymns genannt wurde. Hymns hatte nämlich zu Beginn reine Männerprodukte. Man hat aber bereits kurz nach dem Start gemerkt, dass auch viele Probleme, die junge Frauen haben, mit dem Geschäftsmodell abdeckbar sind und hat eine weitere Sparte, Hurs, gelauncht. Die Firma wurde daraufhin in Hymns & Hurs umbenannt. Man hat also von Haarausfall und Sexualproblemen weiter expandiert zu Depressionen, Hautproblemen und den gewöhnlichen Hausarztbesuchen. In Zukunft will man auch Hilfe bei Schlafdörungen, Probleme beim Kinderkriegen und Diabetes anbieten. Man baut also immer weitere Märkte auf und jeder Markt alleine hat ein Milliardenvolumen. Die aktuelle Situation beflügelt Hymns natürlich extrem. Niemand will heute zum Doktor vor Ort gehen, vor allem nicht bei Problemen wie Haarausfall, Erektionsstörungen, Akne oder ähnlichem. Wer nicht gerade operiert werden muss, bleibt zu Hause und erfreut sich über den Remote-Doktor-Besuch. Ich denke aber, dass das nachhaltig ist. Wenn ich jetzt einmalig aus aktuellem Anlass heraus einen digitalen Arzt besucht habe und es für gut befunden habe, warum sollte ich jemals wieder bei manchen Krankheitsthemen zum Arzt vor Ort gehen? Die Digital Natives sind leicht an solche neuen Themen bindbar. Was ich auch super spannend finde ist, dass Hymns mit ganzen Unternehmen kooperiert. Wie man weiß, ist vor allem in den USA die Krankheitsversicherung super teuer, kompliziert und viele haben gar keinen Schutz. Wenn ich als Firma sage, gut, okay, als Mitarbeitervorteil bekommt ihr einen Hymns-Zugang für wenig Geld, ist das absolut ein valider Grund, solche Unternehmen bei der Jobauswahl zu favorisieren. Immerhin hat Hymns mittlerweile 500 Medikamente aus über 100 Kategorien und ein ganzes Liefernetzwerk aufgebaut. All das Wachstum, auch durch Covid, spiegelt sich im Umsatz wieder. Die Firma hat in den letzten drei Jahren im Durchschnitt 128% im Umsatz zugelegt. Was ich erstaunlich finde, ist der große Ausbau der Gross Margin. Man ist zwar absolut im Wachstumsmodus, aber die Marge konnte um 250% pro Jahr gesteigert werden und befindet sich aktuell bei guten 71%. Absolut traumhafte Werte an dieser Stelle. Und jetzt wird es besonders spannend. Die Umsätze sind nämlich in sich auch diversifiziert. Circa ein Drittel kommen aus dem Bereich Haut und Haar und 60% von Sexual Health. 83% sind aus verschreibungspflichtigen Medikamenten und 17% von nicht verschreibungspflichtigen. 91% der Umsätze sind Recurring, Subscription Based. Man hat also ein Abo-Modell-Geschäftsmodell. Juhu, das ist absolut genial. Man hat eine Mischung aus Abo-Modell, Online Health und E-Commerce. E-Commerce fragt ihr euch? Ich erkläre es. Wenn ihr zum Beispiel ein Beratungsgespräch über erblich bedingten Haarausfall hattet und rausgekommen ist, dass ihr das Medikament Finasterid nehmen sollt und der Arzt euch immer wieder digitale Rezepte über die App ausstellt, was passiert dann? Normalerweise müsstet ihr zur Apotheke rennen und das Rezept einlösen. Aber was macht HIMSS? HIMSS hat eine eigene Online-Apotheke im Hintergrund dazugeschaltet. Heißt, ihr bekommt direkt von der HIMSS-App heraus alle eure Medikamente jeden Monat geliefert. Und zwar im Abo-Modell. Die Produkte sind teilweise mit HIMSS-eigenem Logo und die HIMSS-Brand gewinnt immer mehr an Bekanntheit. Die Warenhäuser sind vollautomatisiert und man liefert in fast jeden Bundesstaat. Zusammenfassend zum Geschäftsmodell kann man also sagen, wir haben einen digitalen Online-Arts-Besuch-Enabler, digitale Rezeptausstellung über eine App und ein Abo-E-Commerce-Versand-Apotheken-Modell. Alles in einem Unternehmen kombiniert. Was auch sichtbar ist, ist die starke Branding-Macht, die sich HIMSS aufgebaut hat. Links nochmal das starke Umsatzwachstum und rechts der durchschnittliche Warenkorb, der pro Monat von einem Kunden geordert wird. Heißt, man hat nicht nur mehr Kunden gewinnen können, sondern jeder Kunde gibt auch noch immer mehr aus. Ist ja logisch. Wenn ich schon Medikament A bei HIMSS beziehe, warum auch nicht gleich Medikament B? Die letzten Quartalszahlen, die herausgekommen sind, da hat HIMSS wieder ordentlich überrascht. Der Umsatz ging um 90% nach oben. Die Gross Margin ging auf 76% nach oben. Absolute Traumwachstumsraten. Der Average Order Value ist erneut hochgegangen und steht nun bei 67 US-Dollar. Ich habe die neuen Zahlen mal hier hinten dran geklatscht. Das Wachstum geht von links unten nach rechts oben, kerzengerade nach oben. Und das Wachstum beschleunigt sich hinten raus auch noch. Wirklich eine gute Entwicklung. Durch den aktuellen Tech-Aktienabverkauf von der Börse hat HIMSS Gott sei Dank etwas korrigiert und ist auf ein für mich akzeptables Preissiveau für eine erste Tranche gefallen. Beim aktuellen Umsatz von 132 Millionen US-Dollar, einer Plus-Minus-Null-Profitabilität, kommt man auf eine Marktkapitalisierung von 2,5 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem KUV von 18. Normalerweise ist mir das zu teuer, aber bei so einem hohen Umsatzwachstum ist das noch vertretbar. Zudem man eine Silicon Valley-Bude ist und keine China-Aktie. Solche Firmen mit bekannten Gründern sind immer etwas höher bewertet. Schauen wir uns nun mal die Peer Group an. Hier seht ihr die Peer Group von HIMSS, also ein paar andere Firmen, die im selben Markt tätig sind. Teladoc und Livongo haben sich gegenseitig aufgekauft, also können wir Livongo hier rausstreichen. Beim Umsatzwachstum von 2019 bis Forecast 2022 ist HIMSS absolut im Durchschnitt mit 41% Umsatzwachstum für die nächsten zwei Jahre, wobei wir gesehen haben, dass HIMSS die letzten Quartale deutlich höher gewachsen ist als die Schätzung. Beim Gross Profit ist HIMSS richtig stark. Man erwartet eine Marge von 73% für 2021, ist aber bereits im Q3 2020 bei 76% gewesen. Hier liegt man also deutlich über den Wettbewerbern. Beim Gross Profit will HIMSS auch deutlich mehr als die Peer Group wachsen, wobei man sagen muss, dass HIMSS auch eher noch zu den kleineren Unternehmen aus dieser Liste gehört. Richtig spannend ist bei HIMSS aber die Bewertung. Wenn wir uns mal den Enterprise Value vs. Umsatz anschauen und auch den Enterprise Value vs. Gross Profit ist HIMSS absolut unterbewertet und mit weit weniger Multiples gehandelt als die Peer Group. Und zusätzlich grenzt sich HIMSS durch das Geschäftsmodell ab. Man ist eben nicht nur ein reiner Softwarebetreiber, welcher Ärzte mit Patienten verbindet, man ist die digitale Apotheke on top und viel näher am Kunden als Marke selbst. Da die Zahlen hier schon etwas älter sind, habe ich euch einen brandfrischen Abzug gemacht. Fangen wir mit den KUVs und der Market Cap an. HIMSS ist mit Abstand die kleinste Firma anhand der Marktkapitalisierung. Das lässt noch viel Luft nach oben. Mit einem KUV von 18 ist man mit One Medical zusammen die günstigste Aktie in der Peer Group. Teladoc und Good Oryx sind mit 26 und 32 bis zu doppelt so hoch bewertet. Schauen wir uns mal an, wie das Umsatzwachstum im letzten Quartal war und wie die Firmen mit der Pandemie zurechtgekommen sind. HIMSS mit 90% Umsatzwachstum ist hinter Teladoc mit Abstand vorne dabei. One Medical und Good Oryx sind mit 40% natürlich immer noch super stark. Bei den Earnings per Share ist es auch ganz interessant. HIMSS konnte seine Plus-Minus-Null Profitabilität halten. Die Zahl hier würde wenig Sinn machen, da es ein paar hundert Prozent gewesen wären, da man von ein paar Millionen auf ein paar Millionen weniger gegangen ist. Absolut gesehen kaum Veränderung. Teladoc hingegen ist zum Beispiel stark abgesunken. Selbes gilt für Good Oryx. Ich finde es auch super erstaunlich, dass HIMSS es schafft, in seinem kleinen Stadium mit massiv Wachstumsfokus trotzdem schon an der Profitabilität zu kratzen. Das liegt unter anderem an den sehr hohen Margen, die die Natur des Geschäftsmodells nach sich zieht. Teladoc und One Medical hingegen haben es trotz ihrer zwei- bis zehnfachen so großen Firmengröße nicht geschafft, profitabel zu arbeiten. Man muss sagen, alle Firmen hier sind eher auf Wachstum aus und ich sehe Wachstum im Umsatz wichtiger, aber es ist schon interessant, dass HIMSS fast am schnellsten wächst und trotzdem am günstigsten ist bei der zweitbesten Profitabilität. HIMSS ist hier der klare Gewinner für mich, auch vom Geschäftsmodell mit dem Abo-Modell und dem E-Commerce. Ich fasse zusammen. Hohes Umsatzwachstum, ein Geschäftsmodell, was fast profitabel ist bzw. es in den Vorquartalen schon war. Man hat die Infrastruktur für den Megatrend online-medizinische Behandlung, hat aber noch ein Abo-Modell E-Commerce-Backup hinten dran. Man hat die Marktkapitalisierung, die absolut gesehen noch sehr klein ist und die Bewertung ist noch vertretbar. Das KUV könnte zwar noch billiger sein, aber wer weiß, wie sich die Märkte entwickeln. Werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Nachteile von HIMSS & HERS. Es gibt einige Konkurrenten auf dem Markt, die etwas ähnliches machen. Zum Beispiel die Firma Roman macht 1 zu 1 dasselbe. Abo-Modell Männerprodukte mit einer Plattform dazu. Roman ist aber nicht börsennotiert. Also wenn ich als Privatanleger in so eine Geschichte investieren will, muss ich erstmal HIMSS nehmen. Außerdem gefällt mir HIMSS von der Produktpalette etwas mehr. Zweites Risiko, was ich sehe, ist, dass ein Amazon oder Walmart oder auch die Apotheken Kette CVS Health in den Markt eindringen will. Amazon bietet ja jetzt schon eigene Apothekenprodukte an. Ich sehe hier zwei Punkte. Eine HIMSS ist genauso wie eine CVS Health Apotheke mit zertifiziertem Fachpersonal ausgestattet und nur deswegen dürfen sie diese Medikamente ja auch verkaufen. Ob Amazon jetzt medizinisches Personal entstellt? Hm, ich weiß ja nicht. Zweitens, man muss ja, um ein Rezept zu erhalten, eine Consultation, also einen Besuch, bei einem Arzt haben, welcher dann eben bei HIMSS über die App funktioniert. Ist es vorstellbar, dass man bei Amazon einen Kontakt zu einem Arzt herstellt? Ich denke auch weniger. Ich kann mir eher noch vorstellen, dass HIMSS vielleicht die Software und Brand stellt und Amazon im Hintergrund irgendwann den Logistikpart übernimmt, sodass HIMSS kein eigenes Lager mehr braucht. Und der letzte Punkt ist, HIMSS geht ja im Gegensatz zu Teladoc extrem auf das Branding. Ein Millennial, der im Abo-Modell seit Monaten sein Produkt mit HIMSS-Stempel bekommt, wird, denke ich mal, weniger auf ein 0815-Medikament von Walmart zurückgreifen. Ein letztes Risiko, welches ich sehe, ist, dass HIMSS Probleme mit der Zulassung bekommt und man keine Medikamente mehr über einen digitalen Weg vertreiben darf. Man muss also einen Doktor in Persona gesehen haben, wie es bisher der Fall war. Ich denke, auch das ist sehr unwahrscheinlich, da das ja ganz normale Ärzte bei HIMSS sind und eins zu eins dieselben Informationen ausgetauscht werden wie bei einem Besuch vor Ort. Das HIMSS-Geschäftsmodell ist simpel, genial und schreibt keine großen Verluste bei hohem Wachstum. Selbst wenn man irgendwann mal langsamer skalieren sollte, denke ich trotzdem, die Geschichte könnte langfristig einen gewissen Anteil am Markt der rezeptpflichtigen Medikamente disrupten. Das alles hat mich dazu verleiten lassen, mal eine erste Tranche in HIMSS zu investieren. Ich habe etwa 12 Euro pro Aktie, 1850 Euro investiert. Wie immer, keine Anlageberatung. Ich hoffe, ich konnte euch HIMSS mit seinem Mix aus verschiedenen Geschäftsmodellen etwas näher bringen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Finanzbär